Hallöchen und willkommen zurück zu die Prüfung. Ja, auf der Jagd nach dem olden Scheiß-Morangok. Genau, hier sind wir wieder in den Dungeon. Ja, und ich glaube, beim letzten Mal haben wir hier doch einen Geheimgang gefunden, oder? Es ist mir so dunkel noch in Erinnerung ein wenig. Naja, erst mal auf die Karte geguckt. Ah, ja, genau. Ich muss mich erst mal hier ein wenig orientieren. Ja, genau. So war das hier. Wir sind durch das große Tor hier geschritten und haben hier ganz üble Kämpfe gehabt. Genau. Ja, das war ganz schön haarig. Und eigentlich war der Weg hier durch das große Tor total überflüssig. Hätten wir uns auch sparen können, indem wir einfach den Weg da oben rumgegangen wären. Und dann, naja, das hätten wir uns alles ersparen können. Aber hätte ich das getan, hätte ich nicht über 9000 Erfahrungspunkte gesammelt. Genau, die will ich ja haben für meinen Stufenaufstieg. Ja, also, dann aktiviere ich erst mal den Kompass, würde ich sagen. Nicht wahr? Genau. Also, dann Charakter öffnen. Und den Zauber. Stufe 1. Den Kompass, den magischen. Ja, damit. So, okay. Kompass aktiv. Und zurück. Dann schauen wir mal hier. Ich hab das echt irgendwie im Hinterkopf abgespeichert, dass hier ein Geheimgang ist. Äh, nein, halt. Zurück. Wo war der denn? Der war da vier oder so. Genau, hier, guck mal, da ist der Geheimgang. Äh, ja, ich geh erstmal hier nochmal. Oder? Halt, halt. Halt, stopp. Halt. Und, okay, da komm ich her. Verstehe, da komm ich her. Hier will ich hin. Und auch sonst. Und überhaupt. Naja, hier ist auch noch eine Tür. Und da ist auch noch eine Tür. Eine Geheimtür. Ja, ich hält's nicht aus. Da sind sogar zwei Geheimtüren. Das ist doch, das ist doch zum... Meine Güte. Okay, komm hier. Ich, äh, ach nee, das ist die eine, die ich da gefunden habe. Mensch, komm, ich mach erstmal die Geheimtür auf. Eine Geheimtür. Ah, ja, hier. Guck mal, was ist denn hier? Ist hier vielleicht noch eine Geheimtür? Eine Geheimtür in der Geheimtür? Wer weiß. Ich meine, dem Spiel ist wirklich alles zuzutrauen. Mittlerweile. Aber echt jetzt? Nee, sieht's auch so aus wie eine Nische. An der Wand steht. Der Sonnenstein war gestohlen durch den Schatten. Ja. Er verbarg ihn zwischen den Ratten. Ach was. Der Sonnenstein, ja? Tja. Der Sonnenstein. Das ist ja alles sehr, sehr mysteriös. Der Sonnenstein und die eine Waffe. Der Sonnenstein war gestohlen durch den Schatten. Der Olle Moragok. Er verbarg ihn zwischen den Ratten. Ja. Okay, dann, äh, das klingt so, als ob ich es zu den Ratten müsste. Aber wo sind denn die Ratten? Hm. Ja, das gilt das wohl herauszufinden. In der Tür oder in der Tür. Äh, Karte. Es war doch nur eine Tür. Hm. Da oben war ja auch noch eine Tür. Nein, 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 nein. Das ist alles. Naja. Okay, dann. Ja, dann mal los. Öffnen. Was erwartet mich denn hier? Ei, 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 ei. Hm. Was ist der Kerl? Äh, schweinsköpfige Wächter stehen vor mir. Oh nein. Schweinsköpfige Wächter. Was ist das denn für welche? Ei, ei, ei. Schweinsköpfige Wächter. Jo, guck, guckt euch die mal an. Guck mal, wie der aussieht. Hier. Mein Kollege, der hat so eine richtige üble Hauer. Hat der? Ei, 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 ei. Okay, dann, ähm, pass auf. Machen wir ganz leicht hier. Den Zauber. Den Gegenwind. Weg mit dir. Oder weg mit euch. Ihr fiesen Schweineköpfel. Ja, komm näher, komm näher, komm näher. Ja, 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 ist klar. So, die sehen nämlich so aus, als ob die nur im Nahkampf angreifen könnten. Die Schweineköpfel. So, okay. Dann Zauber. Stufe 4 natürlich. Der Feuerzauber. Attacke. Für 93 getroffen. Hm, 71. Und die stehen noch. Also halten die etwas, etwas mehr aus. Okay. Granda heißen die. Granda. Okay. Kommen alle näher. Er kommt nur näher. Und nochmal zaubern. Stufe 4. Und nochmal der Feuerzauber. Und los. Ja, und getötet. Für 65. Für 84 getötet. 105. 99. 100. 103. 100. 97. 101. Ja. Die gewonnene Schlachte bringt mir jetzt 208 Erfahrungspunkte ein. Und 120 Goldstücke. Ja, immerhin. Nicht schlecht. Herr Specht. So. Dann. Eine, eine Rast. Eine Rast natürlich. Ja. Meine Magiepunkte zurückholen. So wie immer. Mensch, das ist ja aber auch mysteriös. Hm. Meine Kräfte gern zurück. Gut. Dann wollen wir mal weiter sehen hier. Ja. Einmal ich bitte. So. Okay. Ich stehe immer noch in Richtung Norden. Ja. Dann mal los. Und weiter. Da gibt es hier noch Geheimgänge. Ich weiß nicht. Oh. Sieht aus wie noch eine Tür. Hm. Hm. Nein. Okay. Oder eine Nische. Was ist das hier? Eine Tür. Tatsächlich. Seltsam. Auf die Karte geguckt. In so eine kleine Kammer rein. Was? Hm. Okay. Auf damit. Hallo. Stufen führen nach unten. Ihnen folgen. Nein. Warte. Halt. Halt. Stopp. Halt. Äh. Bevor ich da jetzt runtergehe. Da war ja noch eine Tür. Da hinten. Ich muss doch herausfinden, was das hier mit dem Sonnenstein da auf sich hat. Äh. Okay. Hm. Raus hier. Hier lang. So. Und auf damit die Tür. Ähm. Nein. Halt. Karte. Okay. Ähm. Ja. Da lang. Da komme ich her. Ich muss doch doch wissen, wo es da lang geht. Ja. Genau. Gerade aus. Gerade aus. Gerade aus. Gerade aus. Gerade aus. So. Das muss ich doch auch noch abschicken. Hier. Da war doch noch eine Tür. Genau. Richtig. Richtig. Genau. Juh. Und auf damit. Was gibt es hier denn noch? Oh. Verwinkelte Gänge. Oh. Auf einem Schild steht. Zellentrakt. Aha. Zellentrakt. Interessant. Hm. Eine Nische. Hm. An der Wand, äh. Hängen leere Eisenfesseln. Oh. Na ja. Entweder ist er da verfault. Der Häftling. Oder er ist abgehauen. Wer weiß. Hm. Eine Tür. Mysteriös. Noch eine Tür. Und eine Nische. Ich grase hier erstmal alles ab. Würde ich sagen. Ja. Besser ist das. Äh. Ja. Zellentrakt ist klar. Zellentrakt ist klar. Mann. Ich bin aber schreckhaft hier. Mensch. Äh. Und Geheimgänge. Geheimgänge durchsuchen hier. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja dann auch den einen oder anderen Geheimgang. Den will ich nicht übersehen. Auf gar keinen Fall. Zellentrakt. Hm. Wer weiß. Vielleicht finde ich ja doch hier irgendwie die verschollenen Magier. Die wurden ja wohl gefangen genommen. Und noch eine Tür. Aber keine Geheimgänge. Nee. Nur normale Türen. So wie es aussieht. Ja. Normale Türen. Und Nischen. Na gut. Dann würde ich sagen. Ich fange einfach mal an hier. Mit den Türen. Eieiei. Guckt euch das mal an. Lauter Zellen. Na gut. Dann fange ich hier an. Mit der ersten Zelle. Auf damit. Hallöchen. Hallo. Hier liegt jemand. Schnell beuge ich mich über ihn. Doch der Mann scheint tot zu sein. Oh nein. Oh nein. Es ist Anderson. Einer der Begleiter. Ternados. Oh nein. Einer der Begleiter. Ternados. Was mag man ihm angetan haben. Und wo sind Ternados. Und Falria. Leben sie noch? Wer weiß. Wut packt mich. Rasende Wut. Und Zorn. Zorn gegen dieses abscheuliche Vieh. Das Anderson getötet haben muss. Und wer weiß. Was mit den anderen Beinen angestellt hat. Das ist der Scheiß. bemerke ich etwas unter Andersons Körper. Aha. Ein Schwertgriff ragt unter seinem Rücken heraus. Ich ziehe das Schwert unter ihm hervor und erkenne es mit Staunen wieder. Es ist Xerador, das magische Schwert. Ja, scheiß die Wand an. Xerador, tatsächlich das magische Schwert aus meiner ersten Prüfung. Ich halte es nicht aus. Das gibt es doch gar nicht. Xerador. Gleich mal anlegen hier. Das magische Schwert. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das magische Schwert. Xerador. Mal gucken, was das für Werte hat. Na, wo ist es? Xerador. Hier, anlegen. Da bin ich mal gespannt. Zurück und ansehen. Wow. Na gut. Xerador. Reichweite 1 und Schaden 65. Ja gut. 10 Pünktchen mehr im Schaden. Aber, immerhin, es ist das magische Schwert. Xerador. Damit habe ich die erste Waffe im Kampf gegen den, dem Schatten, dem Morangok. Na gut. Dann mal weiter hier. Mehr Gänge gibt es nicht. Nein. Öffnen. Okay, öffnen. Und die nächste Zellentür. Auch damit. Hallöchen. Ne. Hier ist nichts. Nichts. Alle tot. Nichts. 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 Naja, dann. Okay. Und weiter. Die nächste Tür. Hier. Genau. Öffnen. Hallöchen. Die Zelle ist völlig leer. Nichts. Könnte ja auch ein wenig Ausrüstung sein. Meine Güte. Naja, okay. Da oben links ist auch noch eine Tür. Okay. Dann los. Und auf damit. Hallo. Nichts. Nichts. Keine Gänge. Gar nichts. Tja. Ich dachte, ich könnte jemanden retten. Aber nein. Ja. Okay. Dann weiter nach Osten. Hier lang. Hier müsste noch eine Tür sein. Genau. Und auf damit. Hallo. Nichts. Schade. Bin ich denn hier richtig? Ja. Okay. Dann sind hier noch Türen. Zwei Stück. Ja. Okay. Und dieser Sonnenstein. Dieser Sonnenstein ist bei den Ratten. Ja. Okay. Ja. Dann. Dann muss ich wohl zu den Ratten. Oh. Eine größere Zelle. Ein paar Knochen liegen in der Ecke. Hm. Sonst nix. Hm. Ein paar Knochen. Soll ich denn da mit? Ne. Nix. Nix von Wert hier. Und da auch hinten ist noch eine Tür. Auf damit. Hallo. Die Zelle ist völlig leer. Nichts. Aber immerhin. Xerador habe ich gefunden. Na gut. Ja. Würde ich sagen. Hinab. Ich muss zu den Ratten. Okay. Und zurück. Den ganzen Weg hier zurück. Ja. Auf damit. So. Hier lang. So. Auf damit. Ich bin mal gespannt. Was mich bei den Ratten da erwartet. Es wäre schön, wenn ich jetzt demnächst mal einen Stufenaufstieg hätte. Weil ich fürchte, die Ratten werden stark sein. So. Moment. Ja. Hier war der Geheimgang. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann nach Westen. Und da ist, müsste die Tür sein. Richtig? Richtig. Richtig. Auf damit. So. Und hier geht es dann zu den Ratten runter. Nehme ich an. Ja. Stufenführe nach unten. Uh. Der Sonnenstein ist bei den Ratten. Ihnen folgen. Ja. Los nach unten. Eieieiei. Was erwartet mich bloß da unten? Uh. Uh. Es wird noch böse enden. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Schufenführe nach oben. Ihnen folgen. Nein. 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 Alter. Alter. Ich werde jetzt erstmal eine Runde rasten. hier. So, okay, eine kleine Rast. Besser ist das. Ich bin mal gespannt, was hier unten lauert. Irgendein Viehzeug, ein dreckliches, ich spüre, oh, guck mal hier, ich spüre, wie meine Fähigkeiten wachsen. Jawohl, wunderbar. Ich investiere in meine Mentalkraft natürlich. Haha, schön. Mentalfähigkeit ist bei 23 Punkten. Die Trefferpunkte haben sich um 10 erhöht auf 90. Ich habe Magiepunkte 225. Sehr schön. Das finde ich gut. So, dann einmal Licht an, bitte. So, nein, ich will nicht wieder nach oben. Nein, ich möchte mich erst mal hier umgucken. Oh, nein, das ist hier ein verzwacktes System, so wie es aussieht. So, okay. Ein größerer Raum mit zwei Ausgängen. Gut, dann zwei oder mit drei? Moment. Ne, mit zwei Ausgängen. Nein, ich öffne die Karte, will ich sehen. Ja, okay. Ja, dann, ich gehe dann erstmal nach Süden. Ich gehe im südlichen Gang. Ja. So, und los, Attacke. Was haben wir denn hier? Geheimgänge vielleicht? Nein. Nein. Geheimgang? Nein. Was erwartet mich bloß hier? Oh, vor der Tür stehen einige Wächter. Oh. Wächter? Ich wette, die sind nicht freundlich. Hallo. Schnapp den Kerl. Einer der Wachen zeigt auf mich und der ganze Trosse setzt sich in Bewegung. Oh nein. Wachen. Ja, die bewachen bestimmt ein Geheimnis. Wenn da der olle Morangok drin hockt. Oh, das sind wieder die Schweinchen. Schön. Also nochmal, die Schweineköppe. Äh, Stufe 4 und den Gekwe. Weg mit euch hier Schweine. Ja, kommt ruhig näher. Ich habe jetzt was Feines für euch. Ja, und zwar den Zauber. Stufe 4. Den Feuerzauber. Hier habt ihr. Lecker. Für 79 getroffen. Für 81. Für 106. 111. 96. 950. 63. 79. 63. Und sie kommen näher. Kommt näher. Ja, kommt nur ran hier. Ja, ich habe hier was Schönes für euch. Ja, es gibt leckere Schweineschenkel. Lecker. Ihr kommt auf den Grill. Ihr habt alle einen Braterasch. Der gehört auf den Grill. Aber echt jetzt. Los. Und tot. 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 Ich bringe den Tod. Ja. Weg mit euch. Ja. Bringt mir 234 Erfahrungspunkte ein und 135 Goldstücke. Ja, ich bin ein reicher Matze. Verfluchtreich. An Gold und an Erfahrung. Und eine Rast. So, ich bin mal gespannt, was die da bewacht haben. Hm. Tja. Ich werde es herausfinden. Ja, ja. Meine Kräfte gehen zurück. So. So. So, Freunde der Nacht. Jetzt aber. Ich brauche zunächst einmal Licht. Dann schauen wir mal weiter hier. Also, Keimgänge. No. Auf einem Schild über der Tür steht das Tor. Ah, okay. Das Tor. Ja, gut. Hm. Das Tor. Das Tor. Das Tor. Das klingt wie eine Falle. Jetzt mal ohne Scheiß. Das klingt doch echt wie eine Falle. Das Tor. Ich gucke erst mal in die andere Richtung, was da ist. Hier in diesen großen Raum. Moment. Wo war das dir? Genau. Hier lang und dann nach Osten. Genau. Ach, guck mal. Da ist auch eine Tür. Hm. Tja. Über der Tür prangt ein Schild. Das Nest. Hm. Das Nest. Ja. Das Nest. Also, will ich jetzt in das Tor oder in das Nest? Hm. Lass mich raten. Das Nest? Das kann ja nur voll sein mit Feinden. Und das Tor? Hm. Wer weiß. Ach komm. Ich versuche mal das Nest. Was soll's. Los, komm. Auf damit. Das Nest. Hallöchen. Na, hallo. Hallo. Oh, Mist. Das sind ja hier verwinkelte Gänge wieder. Hm. Da muss ich erst mal hier ordentlich aufdecken. Hallo. Guten Tag. Hier ist ja nicht viel los in eurem Nest hier. Hm. Das Nest. Das klingt so, äh, weisungsvoll. Und im Endeffekt ist hier nichts. Nischen. Hm. Wirre Gänge. Hm. Ich bekomme Gesellschaft. Oh. Eine Ratte und sieben Kumpanen. Angreifen? Ja, klar. Ratten. Ja, ich bin bei den Ratten. Ich hab's doch gewusst. Bei den ollen Ratten. Die Rattenköppel. Ah, guck mal. Oh, ach, die sehen aber böse aus. Verdammt nochmal. Okay. Dann dieselbe Taktik. Zaubern. Stufe 4. Gegenwind. Weg mit euch. Weil ich nehme an, Ratten können nur im Nahkampf angreifen. Ratte kommt näher. Kommt näher. Komm her, du Rattenkopp. So. Dann wollen wir mal sehen. Also, zaubern. Stufe 4. Und der Feuerzauber. Los. Und Ratte getötet. Ja, die halten nicht viel aus. Jo, alle tot. Tot, 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 tot. Tot. Gut. Ah, ja. Bringt mir 72 Erfahrungspunkte ein. Gut. Okay. Und mein Kompass ist erloschen. Nee, doch nicht. Sehr gut. Eine Rast, bitte. Eine Rast. Also, bei den Ratten soll der Sonnenstein sein. Das muss ja dann die zweite Waffe sein. Mit dem ich den Morangok bezwingen kann. Oder ihn zurückverbanden kann in sein Loch, da wo er hingehört. Genau. Echt ey. So. Licht. Licht. So. Okay. In der Nische ist nichts. Moment. Erstmal einen Blick auf die Karte. Ich stehe in Richtung Süden. Okay. Jo, dann gehe ich mal in Richtung Süden. Ah. Das ist hier aber auch... Oh. Oh. Ein wildes Rudel. Fetter Ratten rast mir wildfiepend entgegen. Ja, kommt noch ran. Ich habe was Schönes für euch. Lecker Feuerzauber. Hm. Das tut gut. Oh. Wieder so ein ganzer Haufen. Hier hast du ein paar Zauber. Ja. Zauberei. Stufe 4. Feuerzauber. Los. Die halten mehr aus. Ihh. Das war ein Fehler. Ich hätte sie vorher wegschieben sollen. Hm. Mist. 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 Oh. Die halten mehr aus. Hm. Die Grauratte. Ja. Ist auch eine Grauratte. Kommt näher. Hm. Na gut. Zum Glück habe ich eine gute Rüstung. Also. Dann. Zauber. Vorsichtshalber. Mach ich doch mal einen Gegenwind. Zauber. Los. Weg mit euch. Ja. Mein Zauber wirft die Gegner neun Schritte weit zurück. Ratte kommt näher. Die Grauratte kommt näher. Ja. Kommt alle näher. Jetzt können sie mich wenigstens nicht mehr beißen. Gut. Dann gibt es jetzt einen geschmeidigen Feuerzauber. Hier. Habt ihr. Lecker. Und Grauratte getötet. 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 95 getötet. 101 getötet. Ja. Ja. So ist schön. Die gewonnene Schlacht bringt mir 180 Erfahrungspunkte rein. Schön. Ja. Ich bin mittlerweile, glaube ich, auf einer Erfahrungsstufe. Da kann mir kein Gegner so leicht was anhaben. So sieht es aus. Das finde ich sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Meine Kräfte kehren zurück. Okay. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Hier Magiepunkte 225. Trefferpunkte 90. Ich meine, erinnert euch mal an die erste Prüfung. Meine Güte. Da war ich echt ein Nichts. So. Okay. Dann mal weiter. Ich bekomme Gesellschaft. Eine Grauratte. Ja, komm. Eine Grauratte. Hey, die Güte. Trauen sich auch einzeln an mich ran. Na ja. Okay. Äh. Feuerzauber. Los. Und komm näher. Und nochmal. Suche 4. Und ein Feuerzauber. Und tot. Ja. Weg mit dir. 20 Erfahrungspunkte. So. Na ja. Ich bin hier auch in einem Nest gelandet. Es stand ja an der Tür. So. Und einmal rasten. Äh. Ich werde trotzdem mal lieber nicht leichtsinnig. Besser nicht. Besser nicht. Ich achte doch auf meine Magiepunkte. Meine Kräfte kehren zurück. So. Aber es wäre doch schön, wenn ich noch ein bisschen was an Ausrüstung finden würde. Weiß nicht. Irgendwas. Irgendwie so. Edelsteine. Oder sowas. Hallo. Äh. Dies scheint ein wahres Nest zu sein. Ja, ja. Richtig. Oh nein. Was kommt denn jetzt? Ein. Was? Ein wahres Nest? Oh nein. Hallo. Oh. Mensch. Wo kommen die denn alle her? Darf doch nicht wahr sein hier. Zaubern. Ich kann nicht eine Bewegung machen, ohne dass ich angegriffen werde. Meine Güte. Also erstmal hier Gegenwind. Wirf die Gegner neun Schritte weit zurück. Gut. Riesenratte. 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 Ja, kommt näher. Ihr Riesenratten. Zauber. Stufe 4. Feuerzauber. Los. Na. Auf die Riesenratte. Und getötet. 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 Ja, bringt mir 84 Erfahrungspunkte ein. Eigentlich war das ganz schön doof, diesen Sonnenstein bei den Ratten zu bunkern, wenn die so leicht zu besiegen sind. Also so richtig clever scheint der Morangok ja doch nicht zu sein. Wer weiß das schon. Wir werden es bald herausfinden, denke ich. Hoffe ich. Also so weit wird er ja wohl nicht mehr sein, wenn ich jetzt schon auf der Suche nach der zweiten großen Waffe bin. Ja, ich kann ihn bereits riechen. so, okay. Alles klar. Mein Gott, ich bekomme Gesellschaft. Eine Ratte und sieben Kumpanen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mein Gott. Ich habe schon über 10.000 Erfahrungspunkte. Ja, ich greife an. Los, komm. Sauber. Stufe 3. Äh, weg mit euch. So. Ja, kommt, kommt ruhig näher. Sind normale Ratten. Keine Riesenratten. Und. Ähm. Tod. Tod, Tod, Tod. Ja. Der Tod. Bringt mir 72 Erfahrungspunkte. Aber jetzt bin ich doch, äh, neugierig, was denn, äh, hinter, ähm, hinter der anderen Tür gewartet hätte. Hier, das Tor. Ja. Ja, wir werden es herausfinden, denke ich. Doch, bestimmt. Ganz bestimmt. Meine Kräfte kehren zurück. Schön. Tschüss, tschüss, tschüss. So. Aber so langsam müsste ich doch alle Ratten hier erschlagen haben, oder? Kann doch nicht sein. So. Und? Kommt die nächste Ladung? So, ich stehe in Richtung Osten. Okay, da komme ich her. Ja, dann nach Süden runter, nicht wahr? Genau. Natürlich. Eine Ratte und sieben Kumpanen. Ja, los, komm. Ah, zacke. Ich bin wohl echt im Zentrum gelandet. Das darf doch nicht wahr sein. Äh. Was war das hier? Äh, normale Ratten. Ja gut, da reicht einfach hier. Normaler, normaler Stufe 4, ähm, Feuerzauber. Los, weg mit euch. Ihr mieses Gesocks. So, und wieder 72 Erfahrungspunkte. So. Okay, und weiter. Und nochmal eine Ratte und drei Kumpanen. Angreifen, ja klar. Mensch, Mensch, Mensch. Ähm, Zauber. Vier, Feuerzauber. Los, und Tod. Tod, 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 Tod. 36 Erfahrungspunkte. Okay. So, jetzt mache ich aber doch nochmal eine Rast. Nicht, dass jetzt doch irgendwas passiert. Ein Rast. So, und die Magiepunkte auffrischen. Und jetzt, ich müsste doch jetzt das Nest so langsam hier durchquert haben, oder? Ich denke schon. Licht. So, okay, und weiter. Eine Horde schleimiger schwarze Ratten springt mich an. Und ein schwarze Ratten. Auch das noch. Schwarzratten. Ja, die sehen aber alle sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Schwarzratten. Okay, dann Zauber. Ähm, Gegenwind. Weg mit euch. Ja. Schwarzrate kommen näher. Kommt näher, kommen näher. Bin mal gespannt, was die aushalten. Halten die mehr aus? Ich weiß nicht. Mal schauen. Zauber Stufe 4. Äh, Feuerzauber. Los. Jo, die halten mehr aus. Für 92 getroffen. 104, 108, 89, 108, 89, 101, 92, 97 und schwarze Ratte kommt näher. Kommt näher, kommt näher, kommt näher. Ja, los. Gut. Und noch ein Feuerzauber. Los. Und tot. Tot, tot. Ja, ich töte euch alle. Ich mache euch platt. 252 Erfahrungspunkte. Ja, aber die Ratten haben kein Gold dabei. Hm. Kein Gold. Naja, was sollen auch Ratten mit Gold? Aber, äh, ich meine, was soll ich mit Gold? Ich habe das jetzt noch... Ich habe ja noch kein, kein Geschäft gefunden oder so, wo ich das einlösen könnte. Gegen Ausrüstung oder so. Hm. Schade eigentlich. Naja, meine Kräfte kehren zurück. Finde ich gut. Jetzt aber. Jetzt aber müsste das doch jetzt endlich mal hier weitergehen. Bitte, Licht. So, und weiter den Gang hier runter. Ach, da ist eine Nische. Äh, einige Beutestücke der Ratten liegen hier wild auf einem Haufen. Aha. Ein Beil. Wurfmesser. Ein Dolch. Ein Kompass. Windstab. Robe. Hm. Okay. Eine Robe. Eine Robe. Kann ich damit irgendwas anfangen? Oh, ach, nicht rasten. Ich wollte eigentlich gar nicht rasten. Nein, dann raste ich halt nochmal. Eine Robe. Ähm, ich glaube, ich habe schon eine Robe, ne? Ne, an meiner Rüstungsklasse wird das nichts ändern. Ich glaube nicht. Hm. Ich schaue vorsichtshalber nochmal nach. Tja. So. Vielleicht könnte ich diese, diese Gegenstände hier, diese Waffen, die ich so finde, einsetzen, wenn ich mich jetzt nicht auf, äh, meine Mental, äh, Fähigkeit konzentriert hätte, sondern mehr auf meine Kampffertigkeiten. Joa. Das, äh, ist möglich. Wer weiß. So, Rüstung. Ja. Ja. Robe. Jetzt habe ich zwei Roben, zwei Umhänge, Schutzmantel. Ja, nee. Ich habe schon die beste, die beste Rüstung, so wie es aussieht. Okay. Ja. Ja. Dann werfe ich nochmal einen Blick hier auf die Karte. Es ist ja doch ein wenig verwinkelt hier. Da oben war ich noch nicht. Okay. Dann mal wieder raus hier. Das ist hier aber auch verwinkelt. Meine Güte. Bin ich jetzt hier richtig? Ja. Hier lang. Hier. Hier. Oh. Ah, guck mal. Ein, äh, eine Geheimtür. Eine Geheimtür. Auf damit. Hallo. Hallöchen. Oh, oh. Was ist denn hier? Ein Raum. Auf der Wand steht, der Herr der Ratten bewacht den Stein. Morangok ist ein blödes Schwein. Ja, mein Reden. Halt, halt, halt. Stopp. Leute, weil es so schön ist. Also, der Herr der Ratten bewacht den Stein. Morangok ist ein blödes Schwein. Ja. Okay, alles klar. Also, äh, suche ich den Herrn der Ratten. Den Herrn der Ratten. Ach, ist das schön. Ach, wundervoll. Ich liebe dieses Spiel. Ist das nicht wundervoll? Nicht jetzt. Der Morangokok ist ein blödes Schwein. Ach, ja. Graffiti. Die Graffiti ist schön. Gut, raus hier. Ich muss den Herrn der Ratten finden. Wo ist er denn? Hallo? Rattenherr. Hier ist er nicht. Bist du vielleicht hier? Ich bekomme Gesellschaft. Eine Riesenratte und ein Kumpan. Angreifen. Ja, klar. Natürlich. Ach, das blöde Schwein. Ach, so. Ähm. Ja. Zaubern. Stufe 4. Der Feuerzauber. Los. Ah, zack. Und tot. 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 So bringt mir 24 Erfahrungspunkt. Ja. Wenn Herr Morangok das wüsste, was hier unten für Graffitis an den Wänden stehen. Eieieiei. Okay. Und weiter hier. Weiter. Ich verzichte mal hier aufs Abspeichern. Die Gegner sind ja jetzt hier nicht so wirklich für Furchteinflüsse. Okay. Ähm. Okay. Gehe ich mal weiter nach Norden. Hier lang. Hallöchen. Hallo. Eine Nische. Mit nichts. Hm. Naja. Gut. Hätte ja sein können. Nicht wahr? Und dann hier weiter. Hallo. Eine Nische. Guten Tag. Oh. Auf der Wand steht. Nur die eine Waffe kann beenden. Beenden des dunklen Dasein. Was? Was? Nur die eine Waffe kann beenden. Das dunkle Dasein. Doch schlau war das Wesen. Niemand kann dort hinein. Und die Waffe ergreifen. Ohne sie zu zerstören. Das wäre ja doof. Das wäre ja sehr doof. Das ist wieder ein verfluchtes Rätsel. Ein verdammtes. Naja. Bringt ja alles nichts. Ich muss... Äh. Hier geht's nach Norden. Nach oben. Hm. Ich... Warte mal. Ich guck erstmal unten im Westen da. Im Westen weiter. Hier lang. Oh Mann. Mensch. Das ist hier aber auch verwinkelt. Meine Güte. Norden. Süden. Genau. Nach unten. Genau. Da ist ja das Gebiet, wo ich hier reinkam. Ich bekomme Gesellschaft. Eine Riesenratte und fünf Kumpanen. Ja. Angreifen. Komm. Ich muss ein bisschen systematisch hier vorgehen. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Das wäre ja ganz doof. Äh. Okay. Zaubern. Stufe 4. Und den Feuer zaubern. Auf die Ratten. Und tot. 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 Weg mit euch. Das Ding ist gesocks. Ja. Bringt mir 72 Erfahrungspunkte rein. Aha. Der Moragok. Das blöde Schwein. Hehe. Alles klar. So. Dann nochmal ein Blick hier auf die Karte. Interessant. Genau. Wir sind jetzt da, wo wir die Suche hier im Nest begonnen haben. Alles klar. Hier irgendwo lauert der Herr der Ratten. Gut. Haha. Aber wo genau. Das erfahren wir im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.